Wie funktioniert Trockensauerteig? Hallo, ich bin die Miriam und in diesem Video erfährst du alles Wissenswertes zum Trockensauerteig. Also dem Sauerteigpulver, den du im Supermarkt, Drogeriemarkt, Bioläden oder im Mühlenladen kaufen kannst. Dort heißen sie Trockensauer, Sauerteigextrakt, Natursauerteig, Sauerteiggetrocknet. Sie sind super praktisch, wenn du keinen eigenen frischen Sauerteig zur Hand hast und trotzdem nicht auf das Backen mit Sauerteig verzichten willst. Der große und wichtige Unterschied des Trockensauerteigs zu frischem, selbstgeführten Sauerteig ist allerdings, dass das Pulver inaktiv ist und daher einen selbst angesetzten Sauerteig jetzt nicht eins zu eins ersetzen kann. Ein frischer Sauerteig ist aktiv. Er enthält lebendige Bakterien und Hefen, die den Teig fermentieren und im Teig als Triebmittel dienen, sodass du daher hier jetzt keine zusätzliche Hefe benötigst, um den Teig zu lockern. Und ja, natürlich auch komplexere Aromen dadurch erzielst. Trockensauerteig ist bzw. war einmal ein Sauerteig, der einfach durch Erhitzen und Trocknen mikrobiell inaktiv wird und dadurch keine Hefe mehr enthält. Daher musst du zusätzlich Hefe zum Brot dazufügen, damit das Brot eben aufgehen kann. Das getrocknete Sauerteigpulver dient also nur zur Ansäuerung und Geschmacksgebung des Teiges. Was es jetzt ein bisschen verwirrend macht, ist die Tatsache, dass es diesen Trockensauerteig auch aktiv zu kaufen gibt oder in den Trockensauerteigpulver noch Trockenhefe mit untergemischt wurde. Aufschluss dazu findest du jeweils auf der Verpackung des Herstellers natürlich. Da ich es jetzt aber einfach und unkompliziert mag, vernachlässige ich jetzt diesen Part, zumal ich jetzt bei den Rezepten im Brotbackautomat zu 90% eh immer ein bisschen Hefe dazugebe. Ja, auch bei meinem eigenen aktiven Sauerteig, um einfach die Säure ein bisschen abzumildern oder auch um den Prozess zu beschleunigen. Letztendlich lass dich davon nicht verunsichern. Am Ende des Tages muss es für dich praktisch und einfach zum Herstellen sein und dir schmecken. Also ob da jetzt noch Hefe dazugibst oder nicht. Gedacht ist der getrocknete Sauerteig also für die Herstellung von Sauerteigbroten, ohne jetzt vorher einen Sauerteig ansetzen zu müssen. Vor allem in Roggenbroten ist Säure notwendig. Einfach gesagt stabilisiert die Säure den Teig und macht die Teige dadurch erst backfähig. Ohne Säure gehen die Brote nicht auf. Die Krume, also das Innere vom Brot, bildet sich nicht richtig aus und es gibt da die Hohlräume im Brot. Zudem wird das Brot häufig von innen klitschig, zu feucht oder auch klebrig. Wenn du also mit einem Roggenmehl, vor allem mit einem Roggenmehlanteil von mindestens 25% im Brot backen willst, solltest du einen Trockensauerteig oder ich sag mal ein Säuerungsmittel verwenden. Aber auch bei Weizenmehlen oder Dinkelmehlen kommt diese Versäuerung einfach ganz gut und bringt ja gute Aromen hervor. Da Trockensauerteig ja pulvrig ist und frischer Sauerteig flüssig, muss man in den Rezepten häufig die Mengenzugabe da einfach anpassen. Als grobe Formel gilt zunächst die Mengenangabe des Sauerteigs. Also zum Beispiel hast du 100 Gramm Sauerteig, wird zur Hälfte durch Mehl, also 50 Gramm Weizen, Dinkel- oder Roggenmehl und zur Hälfte durch Wasser, ersetzt in dem Fall 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl. Die Menge oder die Dosierung des Sauerteigpulvers ist natürlich je nach Hersteller und Marke sehr unterschiedlich. Von 2 bis 10% ist da alles dabei, also angefangen von einem Teelöffel bis drei Esslöffel, habe ich hier auch schon alles probiert. Hier kann es dir allerdings schnell passieren, dass dein Teig viel zu sauer schmeckt. Du musst dich also genau an die vorgegebene Mengenangabe halten, die auf der Verpackung des Trockensauerteigs stehen. Dinkelsauerteig ist generell ein bisschen milder im Geschmack als Roggensauerteig-Extrakt. Gerade bei Roggensauerteig ist es teilweise wirklich sehr sauer, deshalb taste dich da an die optimale Menge einfach individuell ran. Versuch gern auch mal andere Hersteller von Trockensauerteig zu probieren, das ist wie bei Brotbackmischungen, jede schmeckt so ein bisschen anders da. Welchen Trockensauerteig du übrigens einsetzt, spielt grundsätzlich jetzt keine Rolle und ist eben Geschmackssache. Sowohl Roggen- als auch Weizen- oder Dinkelsauerteig-Extrakt sind bei allen Mehlen einfach anwendbar. Du kannst Trockensauerteig natürlich selbst herstellen. Dafür benötigst du nur deinen Sauerteigstarter, diesen streichst du einfach dünn auf dem Backpapier, kannst auch Klarsichtfolie oder eine Backmatte nehmen und lässt das Ganze bei Raumtemperatur trocknen. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen fester sein sollte, nimm ein zweites Backpapier, leg es oben drauf und dann rollst du das Ganze einfach aus. Je dünner, desto besser. Das Trocknen dauert aber trotzdem so circa 1-2 Tage und ist er dann fertig getrocknet, kannst du in den Stücke brechen und mit einem Mixer oder Pürierstab in feines Pulver mahlen. Und jetzt kannst du von deinem Sauerteigpulver 2-5% in jedem x-beliebigen Rezept verwenden. Also bei einem Rezept mit 500g Gesamtmehlmenge sind es maximal 25g, circa 2 Esslöffel Sauerteigpulver. Das Pulver fülle ich mir jetzt einfach in ein Glas mit einem Schraubverschluss. Somit hast du einen eigenen Trockensauerteig hergestellt, garantiert ohne Zusatzstoffe. Tolle Sache. Ich fasse also nochmal zusammen. Trockensauerteig zu nutzen ist einfach praktisch und sehr ergiebig. Mit einem 500g Päckchen Trockensauerteig kannst du locker 15kg Brot backen. Diesen Einmalsauerteig musst du auch nicht füttern oder pflegen und findest ihn in fast jedem Supermarkt. Er wird dann einfach zusammen mit Trockenhefe im Mehl vermischt und kann so zusammen in die Backform dann gefüllt werden. Die Haltbarkeit ist mindestens ein halbes Jahr bis zwei Jahre lang. Das ist ein Riesenvorteil. Du lagerst ihn auch nicht im Kühlschrank, sondern dieser Instant Sauerteig wird einfach nur trocken, kühl und lichtgeschützt gelagert. Allerdings fallen bei der Variante die Aromen im Vergleich zu einem frischen Sauerteig wesentlich flacher aus. Und Sauerteig als natürliches Backtriebmittel fehlt da natürlich auch. Ein frischer Sauerteig besteht aus simplen Zutaten wie Mehl und Wasser und ist frei von Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärker und Stabilisatoren. Entscheide einfach selbst, was für dich die beste Variante ist. Vielleicht kommt dir auch der gekaufte flüssige Sauerteig für dich in Frage. Was das genau ist, das erkläre ich dir im nächsten Video. Falls du noch viel mehr über Sauerteig wissen willst, dann schau dir einfach mal die Playlist Sauerteig an. Ich verlinke sie dir hier oben. Dort findest du hilfreiche Tipps und natürlich auch leckere Rezepte dazu. Das war's zum Thema Trockensauerteig. Falls du noch Fragen hast, schreib es mir unten in die Kommentare. Bis dahin, backsan, ciao, tschüss. Bis dahin, backsan, ciao, tschüss.